Jo mein Lieben, tschau, tschau, bahn, du bist der Lone und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Minecraft Skywars. Hat die sich jetzt gegenseitig runtergehauen? Ja lol, ja. So, wir spielen auf der Map Loco. Loco, Loco, Loco. Wir bauen uns rüber, Leute. Zum Gegner. Der checkt nicht, dass ich zu ihm komme, Leute. Der ist doch beschäftigt mit dem anderen Gegner. Wir stauben dann jetzt mal genussvoll ab. Easy. Mann, es tut mir echt ein bisschen leid, wenn ich die so hässlich abstaube. Aber Leute, so ist das Leben, wisst ihr? Man gewinnt nicht immer nur im Leben. Manchmal kommt der Tag, an dem wächst du auf und dann hast du Pipi im Bett. So Leute, ich glaube mal, wir machen uns auf den Weg in die Mitte. Leute, da sind ein paar Kämpfe. Aber wir können die Kämpfe unterbrechen. Lol. Das ist ja richtig. Alter, habe ich einen Lockpack 1? Nein, habe ich gar nicht. Lol, Leute. Ey, irgendwie, ne? Läuft es die Runde jetzt gerade richtig? Das PvP fort. Wurde geschaffen. Neun Attack Damage, Leute. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich nicht, wer diese Runde Minecraft gewinnen sollte. Ich würde da mal am besten eine Goldapfel reinhauen. Zack, direkt fresh rein. Da ist er. Ich baue mich direkt hoch. Oh Gott. No! Wisst ihr, Leute? Das Leben ist so hart. Minecraft. Minecraft Skywars, ich kann nicht mehr gewinnen. Ich wollte zwar nie wilder tun, aber ich glaube, ich glaube, ich muss mich in einen Super Saiyajin verwandeln. Ich weiß nicht, aber irgendwas in mir will es, denn ich muss Minecraft Skywars Runden gewinnen. Ich muss es schaffen. Ich spüre ja auch dieses Kribbeln im Körper, was ich verspüre, denn ich verspüre es. Super Saiyajin Mode activated. Als Super Saiyajin kennen wir die Lage und wir müssen gegen die extreme Situation vorgehen. Zwei Enderperlen, Leute. Das gibt uns den ultimativen Boost, denn nur ein Super Saiyajin kann so viele Enderperlen auf einmal sammeln. Wow, er hat mich schachmatt gesetzt. Autsch. Oh Gott. Komm, Enderperle. Nein. No way. Der will seine Rache von vorhin. Gibt es denn das auch noch? Oh Gott, bitte. Nein. Auf jeden Fall, Leute, soll es das von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeig es mir mit einer Bewertung. Haut rein. Macht's gut. Und tschüss. Ich blend Cabarada, weil ich meine Rachekonale geschehen. nicht unterscheiden. Ich bin so einfach. Ich bin so etwas gekartes ZDOS Ja? pressures zu kommen für LADER reslong하는데 Tipps. Ich bin so gut.